Boah, wie die loslaufen, wenn die aus dem Safe-Sound rauskommen. Ja, zwei Drittel haben wir, wegen mir können wir fliegen. Ja. Die noch mal voll, dann kannst du da reinpacken. Hier. Jo. Hast die Tastenblickung geendet? Neue, ich mach das so. So, dann mach ich jetzt schon mal während des Fluges. Options, Controls, Aircraft Controls. Ähm, wenn ich jetzt wüsste... X und C war drehen, ne? Mhm. Okay. X, wenn X und C drehen ist... Willst du jetzt schon auf die andere Insel fliegen, oder was? Mein Plan. Aber mach gut. Ach du Scheiße. Abbrechen. X. Ach. Nein! Ohohohoho. Fuck. Nein. Was ist denn jetzt? Z minus. Okay. Z minus. Soll ist denn das ja... Z plus sein. Okay. 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 Okay, meine Einstellungen müssen jetzt auch in Ordnung sein. Wie viele Player sind denn auf der Map? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 andere. Was ist das denn für eine kleine Insel? Was ist diese kleine Insel außerhalb? Sind das Zelte die ich da sehe? Oder was ist das? Ne, das sind Felsen. Ja, aber hier können wir unser Haus eigentlich bauen. Guck mal, da steht auch was, oder? Steht ein RAL oder was steht da unten? Da ist ein Haus, da links. Siehst du das? Da auch. Können wir mal landen und gucken, was hier so abgeht. Ist das ein Zelte oder sowas? Das ist kein Haus. Oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Wo ist denn überhaupt unsere aktuelle Position? Allen Kirk oder was? Ja. Ja. Ähm, lande bitte auf dem... Nicht auf dem Wasser... Hoch, 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 hoch! Ist doch ein Wasser, Alter. Schöder, schöder. Ist doch voll weit in der Luft. Achso, ich dachte gerade mit dem Wasser landen. Geil. Gut, schauen wir noch ganz. Perfekt. Landung. Vielen Dank. Das ist ein Haus, aber was da abgeht weiß ich nicht. Und was geht da ab? Nichts. Nichts. Nicht mehrere Häuser auf der Insel verteilt. Ja, da hinten war auch noch eins, aber ich glaube, da spawnt auch nichts. Ich würde sagen, wir bauen hier auf der Insel unsere Lage auf, oder? Mit dem Heli, da wo jeder immer drüber fliegt. Ja, oder weiter außerhalb. Nehmen wir da die 56. Wir haben hier voll viele kleine Inseln. Cress heißt die Insel hier, glaube ich. Okay, da fliegen aber echt voll viele immer drüber. Am besten irgendwo, wo keiner drüber fliegt, hast schon recht. Wo ist die Frage, ob man hier drüber fliegt, ich weiß es nicht. Obwohl, ich habe eine Idee. Mach mal deine Map auf. Kassel? Mhm. Von der großen Insel. Ich weiß halt nicht, welche das ist hier, wo wir sind. Das ist die, ich weiß welche, das ist die Nummer 14. Eil Krück, ne? Eil Krück, ja genau. Ich habe hier einen Muffpoint hingesetzt und das mal hier fliegt. Ja, wenn, dann müssen wir hier Cress nehmen oder die da drüber. Ne, 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 guck mal hier. Siehst du, von der ganz großen Insel, unten der südlichste Zipfel, da ist auch so eine Straße, die auf diese Halbinsel führt. Ja. Da ist bei dem linken unteren Berg, bei der 47, minus 47, da steht ja für minus 47, da ist eine Plattform relativ groß mit diesen Felskratern. Ich glaube, da kann man ziemlich gut sich verstecken. Meinst du? Kann man da mal hinfliegen? Ja, kann man machen. Ja. Setzt ja da mal einen Muffpoint hin, dann gucken wir einfach mal. Achso, du kannst ruhig gleich fliegen, ich möchte nur kurz gucken, ob ich meine Einstellung richtig eingestellt habe. Ich will nur kurz einmal kurz starten und wieder landen. Ich schwöre, wenn wir jetzt sterben, ne? Ne, wenn der Heliok ist, ne? Das stimmt schon mal. Autohuver ein, stimmt auch. Ja, passt. Ja, passt. Ja, ich bin voll gläusig und viel voll wackelig. Ich frage, am besten fliegst du. Oder wo es geht? Hast du das gesehen? Ja, irgendwie ist mein Gläusig voll landenig, das ist so scheiße gerade. Ich muss ihn gleich mal einschalten, dass der bei dem Game ab full power geht. Sägliche Bilder nicht mehr. Ja, kann das so scheiße geschenkt. Ich denke, die Bilder noch. Ja krass, wir haben es auf jeden Fall schon so nicht weit gebracht in den Heli. Ja, ich gucke mir noch kurz was zu essen. So liebe Freunde, das war's mit rumfliegen und wir haben einen tollen Little Bird. Wir hatten mal die längste Zeit einen Little Bird. Und zwar gibt es hier verfickte scheiß NPC Hubschrauber, die rumfliegen und einen jagen. Toll, super, jetzt sind wir hier am Arsch der Welt. Ich habe gebrochene Beine. Das landet da hinten. Wasser. Scheiß Dreck, Alter. Ich habe auch kein Stuff mehr. Ich habe keine Antibiotics und nix. Ich habe alles. Oder? Doch, Antibiotics habe ich noch zu trinken, aber ich habe kein zu essen. Ich habe auch Morphine, falls du brauchst. Ich habe auch Morphine für gebrochene Beine. Geh, take Morphine. Scheiße, Hubschrauber ist im Arsch, ne? Na, guck doch. Er brennt. Fuck! Soll ich euch mal zeigen, wo wir sind? Ich habe jetzt einen roten Ping, aber scheißegal. Wir sind hier unten auf dieser scheiß Insel. Na, aber da kommt direkt ein großes Farmhaus. Aber wir sind auf der anderen Insel. Hey, und wir können jetzt schön von oben, äh, von unten looten. Das war super. Fuck, Alter. Warte, ich komme zu dir. Ich bin am Wrack. Ahhhh. Scheiß Dreck. Du warst... Also jetzt, ne, keine Kritik. Ich wäre auch völlig überwort gewesen, wenn du scheiß Schuss rauern. Aber du bist bestimmt noch 30 Sekunden oder 20 Sekunden lang still gestanden, als ich gesagt habe, flieg schnell weg, flieg schnell weg. Ja, ich wusste ja gar nicht, ob der überhaupt auf dem Weg zu uns war. Der sah so weit weg aus und dann bin ich aber ja losgeflogen. Was mein... Alter, ich hätte den vielleicht sogar noch gerettet gekriegt. Weiß ich ja nicht. Na ja. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt beide sterben, springen wir lieber raus. Ja, die UH ist sowieso viel schneller als der scheiß Little Bird, weißt du? Äh, eben. Mal davon ab. Da helfen meine guten Flugwinze auch nichts. So, also, wir müssen auf jeden Fall nach Starrysat. Ja. Boah, wir haben voll den Krater geschlagen. Siehst du das? Mhm. Roter Pink. So, da haben wir überlebt. Was ist denn Starrysat? Gibt es da was zu looten? Ich gucke halt. Nee, nicht wirklich. Aber da gibt es Autos, Autopumpen. Scheiße, Alter. Das ist ja erstmal einen schönen Weg für uns. Aber danach kommt Bielow. Ah, fuck. Wo bist du? Wir sind jetzt noch da. Bielow, Bielow, Bielow. Da haben wir doch unseren Spawn letztens gehabt, ne? Bielow? Scheiße, Alter. Ja. Ja, aufnehmen brauchst du auf jeden Fall jetzt nicht. Aber wir können jetzt mal jagen, wenn wir welche Tiere treffen. Ja. Kannst du schon mal den Bildschirm drehen, ob du irgendwelche weißen Punkte siehst. Ja, ich sehe einen, aber das warst du, glaube ich. Hm? Ich sehe einen, aber das warst du, glaube ich. Ja. Ja, dann mache ich wieder einen Aufnahmestopf hier. In der Pampa. Scheißdreck. Das ist aber auch mies hier mit diesen NPC-Hubschraubern. Mhm. Krass, hätte ich echt nicht gedacht, dass die einen so direkt angreifen. Ja, egal. Dann bis später, Jungs. Dann bis später, Jungs.